moin moin ihr lieben ich konnte im jahr 2019 viele nette menschen kennenlernen habe meine ernährung umgestellt zucker und weizen wurde weggelassen ich durfte mit den menschen aus gulu gegen windmühlen kämpfen bin viel in der natur spazieren gewesen im jahre 2019 habe ich 166 abos auf youtube bekommen ca 85.000 klicks 3669 likes 363 dislikes und 11.589 kommentare danke für das jahr 2019 ich wünsche euch allen einen guten rutsch ins neue jahr auf wiedersehen sagt hier der akt